No Trimax Oh nein! Was? Überziehen? Was? Kein Mensch, der so besonders ist So kann wirklich kein Mensch sein Das ist doch insane Was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video Das ist meine neue Anmoderation Ich habe mir überlegt, ich schreie jetzt einfach nur noch random Irgendwelche Sounds in ein Mikrofon Wenn ihr wieder wisst, es wird ein Video werden, weil eine Wife mit dabei ist Wir schauen uns heute wieder Wir schauen uns heute wieder Trimax-Fails an, meine Freunde Mit dabei ist leider Gottes Evive Und wir sehen ja auch gerade schon MikiTV Ich habe absolut keinen Bock drauf, aber meine Freunde Wenn ihr wollt, dass ich tatsächlich mal nach Hamburg fahre Und Trimax so lange kitzelt, bis er ohnmächtig wird Dann lasst jetzt mal einen Daumen nach oben da Ich weiß auch nicht, wo das jetzt herkommt, keine Ahnung Übrigens habe ich in meinem Kanal Statistiken gesehen, dass über 20% meiner Zuschauer sich ins Knie f***en können Ich würde sagen, wir fangen direkt an, meine Freunde Und let's go Die Frisur gibt es doch gar nicht Mach doch jetzt nicht irgendeine Fantasiefrisur Nein, ich muss es einmal ganz kurz gucken Ich muss gucken Digga, nein Nein, nein Es ist der 1. März, Friseure haben zum Glück wieder auf Digga Achso, wir lachen gar nicht über Mikis Frisur Ich muss einmal gucken, wie der Scheitel sitzt Oh nein, oh nein Trimax, oh nein Digga, Arma regelt, Junge Was machst du? Kann das ein Mittelscheitel sein? Nein Verrückt Miki Ja Wie ist es? Ist gut Trimax ist einfach deutsche Backstreetboy, wirklich Hast du jetzt schon HG reingemacht, Mann Warte doch, ich muss gleich einen Föhn holen Digga, das sieht aus wie der Schwiegersohn Alter Der nette Schwiegersohn Sagt mal, von dort aus an geht man halt in die F*** Boy Frisur Chill Vertrau mir jetzt, Alter Wie der da sitzt Du kennst mich so lange, Max Muss man jetzt einfach nur vertrauen Ich vertraue dir aber nicht als F*** Nein, Digga, Arma Nein, Bro Nein Boah, diese Welle ist krank Miki lacht Ich seh das, er lacht Er verknallt sich lacht Ich seh Die Welle ist gut Alter, sick Was? Was ist das denn? Max hat auch ganz komische Haare irgendwie, siehst du das? Ja Die sehen aus wie alte Haare, weißt du was ich meine? Kennst du alte Haare? Also so Haare von so alten Haaren Können wir weitergucken vielleicht? Okay 20 Stein Das ist chillig Hey, unser Haus ist doch ganz geil, Reapers Das ist Wallheim Ja Guck mal Sch*** Was? 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 Oh nein, Digga Oh nein Nein Oh mein Gott, ich weiß es nicht Oh mein Gott, ich weiß es nicht Digga Es muss wieder mit Absicht passiert sein Anders kann ich mir das nicht erklären, wirklich Weiß es nicht Ey, ich sag's dir ohne Witz Über 10% meiner Zuschauer gucken jetzt grad zu Was? Über 10% Was? 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 Oh mein Gott, ich weiß es nicht Was? Zur Hölle? Max? Gibt's da noch was? Brasilien Brasilien Hä? Was? Ist das so? Oh doch stimmt Ist das so? Oh ich hab's Ey Oh mein Gott Max Ich wusste nicht mehr wo und was Ich wusste nichts mehr Ich wusste nichts mehr Scheiße Scheiße Das war's Ich wollte das grad mit AI schreiben Willst du nichts trinken, magst du das? Eine Cola Zero würde ich auch nehmen Kein Mensch der so besonders ist wie Trimax Ich hab keine Cola Zero Was ist das denn? Cola Cola Ah Ah Scheiße Lukas weißt du was das Problem ist, dass du auf Twitch momentan nur durchstatest, wenn du dich extrem dumm stellst Du musst bei dir extrem dumm sein, deshalb ist Danny auch gerade so erfolgreich, weil er der dümmste Mensch der Welt ist wirklich Hä? Deine Augen gerade der ganze normale Cola Und Cola Light? Sehe ich aus wie jemand der Cola Light trinkt? Oder Zero? Wie so ein Kind, guck mal Alles anbieten Dann Weißt du was? Weißt du was? Was hältst du von dem Bierchen? Ein schönes Heineken Neee Neee Das wirst du zwei Renten an die sie unterhalten, oder? Ey shit Das ist nichts Wie wenn schon denn schon? Ein Heineken Ich brauch nicht so Bier Findest du Bier geil? Ja, ich trink gerne Bier Guck mal seine Mimik dabei Alkoholfreies Bier wächst Alkoholfreie trinke ich ganz gerne Ja okay Das Ding ist Ich hatte schon so viel Unterhaltung mit Max die genauso abgelaufen sind und man gewöhnt sich halt mit der Zeit dran Aber wenn man das von außen betrachtet wie weird das eigentlich ist Dann merkt man immer wieder was für ein komischer Dude das einfach ist Bro Auch beim Backstage bei Kai Pflaume Also wo wir da bei dieser Ich nehme mir so ein Getränk Er so trinkst du jetzt? Isst du ja? Hast du Durst? Isst du ja? Achso okay So und das ist dann so eine Frage die stellt der einen und es war nicht meine Kamera an Das kommt einfach Digga das kommt einfach Also hier noch ein Sparkling an So der erste Ball wird nicht klappen Danach brennt er nochmal Er klappt jetzt Äh Leben Und dann fang ich ihn hier Alles falsch Einfach alles falsch Einfach Einfach Schrecklich Alright Dann steig ein Ich flieg dich zur Ranch Ja let's go Okay Aber du kannst dann ne? Ja ja ich hab das schon mal gemacht Stromleitung Vorsicht 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 Ja 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 das ist immer Ja 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 Oh mein Gott Das ist doch nicht real Junge Das ist doch dumm kann wirklich kein Mensch sein Das ist doch insane Der kratzt sich auch nach dem Kopf Ich frage mich manchmal ob er es überhaupt richtig versucht Hey Der geht ja dann auf Der hat mich gehostet Ich guck mich Ich guck mein gehostet Du guckst dir zu Ja Das mach ich jetzt auch Was? Mach ich jetzt auch Scheiß drauf Schöne Rückkopplung die ganze Zeit Ich mach jetzt auch mit Ton 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 Haltet mal alle die Schnauze Loll Haltet mal alle die Schnauze Loll Loll Haltet mal alle die Schnauze Das ist Deutschlands größter Streamer Ein paar Sekunden später Digga das wird der größte Trimax Strudel den ich je gesehen habe Digga das wird der größte Trimax Strudel Das wird immer schneller 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 Das kann doch nicht sein Digga Digga Das macht Max mit dem Business Das macht Max mit dem Business Mit dem Twitch Business Mit den Prime Subs Mhm Alle haben es erraten Alle außer Max. Ach du heilige Sche... Ich dachte, das ist ein I. 15 Sekunden Zeit. 15, 14... Zwei Alzheimer-Rentner, wirklich? 13, 12, was? Wo siehst du den Countdown? Nee, den hab ich in meinem Kopf, Digga. 11, 12. Digga, Mann, ey, jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht, Digga. Wirklich zwei Rentner, oder? 1 zu 1 Rentner. Du musst heute wahrscheinlich jetzt was Spielzeit machen. So Schmerzen hab ich. Was? Der Clip ist so krass, der ist wirklich einer der besten Spieler der Welt. Das ist so insane. Er landet im Heli. GG. Ich dachte, die landen. 10 von 10. Und er landet? So? Sieht dann doch wieder los. Max, falls du auch mal auf den Geschmack kommen willst. Note. Falls du auch mal mit brauchen willst später. Max, bitte. Dreh dir ein. Dreh dir ein. Hast du Lust, ihn mit durchzuziehen, Maximilian? Schön hinweg. Äh. Max. Ja. Oh nein, hab ich doll gekippt. Jetzt ziehen. Oh. 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 Aber ey, wir haben es geschafft. Micky heiratet. Dick da. Bist du dumm? Ja, Digga, ich hab's halt falsch geschrieben, Alter. Oh, Dick da. Wie kommst du denn auf Dick da? Das sind doch drei. Dick 3. Ich hab mich halt zählt. Oh Gott, du hast drauf reingesch... Hä? Wenn das ein Karton drinne war, dann hab ich... Was macht der da schon wieder? Dann hab ich den Karton schon weggeschmissen. Na, da guckt man doch wohl nach. Ach, das hast du hier zum Hocker unten drunter? Ja. Okay, ist... Muss ich sagen, ist... Ach so, wir hatten ja die Hocker-Diskussion. Die Hocker-Diskussion. Reapers hat sie gehört. Er hat sich jetzt einen Hocker gekauft. Er findet es ultra geil. Ich sitze jetzt hier auch zum Ersten mit Füßen hoch. Ist doch geil. Ja, es ist sehr geil tatsächlich. Mit Füßen hoch? Ist doch geiler. Ja, es ist sehr geil. Scheiße. Ich hab seit zehn Jahren mir die Füße hier auf den Hocker gelegt. Er hat das auch genau gezählt. Okay, und... Oh. Oh. Ah, das ist das neue Outfit von den Geil. Denn du bist, du bist los. Das war's wieder von der wunderschönen Reaktion. Auf Trimax. Digga. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn Lukas sich ein Lego-Schwert in die Harnröhre stecken soll. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.